Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir dem Herrn gleich. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz hier rein in den Item Shop. Ist nach wie vor der Brainiac Skin. Habe ich ja gestern schon benotet. Sieht relativ cool aus, muss ich sagen. Dann haben wir die Reaper-Sense. Also auf jeden Fall eine geile Picke. Dann haben wir wieder diesen Grottenpotten hässlichen Jack Gordon. Leute, das Ding habe ich schon nochmal miserabel bewertet und ich finde den immer noch schrecklich. Von mir kriegt er gerade mal 2 von 10 und ich finde den grau so und ich verstehe es nicht. Alter, okay, also. 4,17 von 5 bei 6 Votes am 20. Oktober ist erstmal drin. 255 Reminders. Ich finde das Ding so schrecklich. Dann haben wir den Dazzle und ja, sieht ja nicht so schlecht aus. Ist halt auch wieder so ein bisschen No-Skin-like, aber ich finde diesen Farbeffekt da nicht so schlecht. Ja, geben wir dem Ding mal 5 von 10 und gucken mal die Bewertung rein. 4 von 5 bei 5 Votes am 22. Februar 2018. Das ist erstmal drin gewesen. 40 Reminders gesetzt worden. Dann haben wir diese Lucky Picke. Die finde ich gräuslich. Mit dem Smiley da drauf. Das Ding kriegt von mir 2 von 10 und Bewertung 2,86 von 5 bei 7 Votes am 2. November 2017 das erste Mal drin gewesen. Wie hört ihr sie an? Nicht so toll. So, und jetzt kommen wir wieder. Sorry, aber es sind wieder die Emotes. Was sind wieder die Emotes, die es hier rausreißen werden. Ja, und dann schauen wir uns doch gleich mal den allerersten davon an. Der Rockout. Eine der geilsten Emotes. Kann ich jetzt schon sagen 10 von 10. Eine der geilsten Emotes, die es in diesem Spiel überhaupt gibt bis jetzt. So. Eine der geilsten Emotes, die es in diesem Spiel überhaupt gibt. Mega geil, wie gesagt 10 von 10. Ich finde den Rockout Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt muss ich mich erstmal wieder beruhigen. Jetzt muss ich erstmal wieder meinen Blutdruck untergehen. Das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur geil. Richtig geil ist die ist geil, 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 geil. So, und dann haben wir hier den Rockout. 4,35 von 5 bei 31 Votes. 14. April 2018. Jetzt erstmal drin, bis 490 Reminders. Ja, Mann. Rock'n'Roll. So, und dann kommt der nächste Rock'n'Roll. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich bin mal gespannt. Der Headbanger. Ich muss mal gucken, ob die Kamera hier überhaupt mitmacht. So. Mal schauen. Also, auf geht's. Headbanger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, die Headbanger. Vamos los. Mega nice. Ja, Leute. 10 von 10. Also, sorry, aber den finde ich auch mega. Da macht der gleiche, gleiche. Headbanger. Headbanger. Was ist los? Headbanger. Yeah. Jetzt mal. Jetzt nochmal. Jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen. Hier. Sensationell. Headbanger. Geil. Jetzt sind wir ein bisschen schwindelig hier. Es ging vor einigen, vielen Jahren doch, wie sie besser nehmen. Und merke, er ist jetzt so. Also, dann haben wir den. Hey, ich muss mal gucken. Der Headbanger hat er überhaupt schon Bewertung. Bis jetzt hat er noch kein Rating bekommen. Hey, 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 hey. Ist der geil. Der Headbanger. Yeah, Headbanger. Also, die Leute, die die alten Badeskulls. Badesalz-Sketche noch kennen, die wir sie jetzt, wovon ich eben nach Sporn habe. Der Headbanger und Regie. Yeah, Headbanger und Regie. So. Ja, 0 von 10 auf dieses komische Wesping da. Soll man denn darauf geben? Also, Schrotti, Schrotti, Schrotti. Schrotti, 2,5 von 5 bei 2 Votes. Und am 7. November 2017 das erste Mal drin, bis 6 Reminders. Wow, das geht aber voll ab. Wisst ihr, was ich da nochmal mach? Wisst ihr, was ich da nochmal mach? Da mach ich nochmal den. Ja, Leute, wenn's euch fallert, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare und abonniert den Kanal. Schaut es nicht mal wieder ein, wenn's wieder heißt. Fortnite, welischer Witz mit mir dann gleich. Werbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbär